Ja. Ja, aber noch lange so beschissen wie Dark Souls. Wir machen das so. Die League fragt dich vorher, bevor es dich in den Arsch fickt. Nenn es dir die Champions-Ford-Zeiten, Rain-Traffic. Dark Souls fickt dich direkt in den Arsch. Aber ich könnte echt auch Dark Souls 1 noch mal installieren, Kevin, und die meinen Rechner schafft bestimmt da auch ein Video aufzunehmen. Ja, Dark Souls macht halt in meinem Sinne ein Megafon. Ich zocke im Moment ein 2D Dark Souls-Spiel, was auch mega nice ist. Läuft also. Unsere Ohren zockt weniger als ein Spiel die Woche im Schnitt. Wir werden gewinnen. Weißt du, was auch das Traurige dran ist? Ja. Der ist Gold 2. Oh Mann. Naja, vielleicht ist es ein harter Smurf, der einfach nur einmal die Woche ins Ende... Ja, damit er nicht absteigt. Mhm. Oh Mann. Da muss man in einen Stream gucken. Papa. Ah, da läuft noch dein Gaming-Mix. Oh, sogar mit Webcam heute. Oh. 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 Die letzten Wochen schon. Echt? Okay. Immer schon. Eigentlich. Ja, aber manchmal hattest du sie doch auch aus. Also die Streams, die ich miterlebt habe, äh, noch, wie sagt er der Hack überhaupt kein machen. Oh Mann. Ich kann mich so gar nicht mehr richtig konzentrieren vor lauter Lachen. Ja. Ah. RIP-Promo. Ja, diesmal ist der erste Mal RIP-Weg zur Promo. Ah. Ungefähr so. Also, ich guck jetzt grad meinen Lieblings-Streamer währenddessen. Mal gucken. Ah. Er steckt mir neben Ohren. Ja. Anstatt hoch zu gucken. Nee, ich guck auf den Stream. Naja. Ich guck auf den Stream. Ah. So, ich bring jetzt mal ein Game extra zu legen. Bei Shym's Stream. Ah. 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 Let's go. Mach ihn lieber aus. Ah. 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 Duper Start. Ah. Okay. Ich guck' mir mal mein Handy weg, bevor ich's noch weiter schweiß im Haar. Ah. 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 What the fuck? Okay, ich bin dämlich. Plastik 7 Plays, komm her! Aber es scheint eine offensive Kackmarmee zu sein. Null! Also ich wurde ein bisschen gepoppt. Alter, ein bisschen ist gut, du bist gleich tot. Ich bin tot! Ein bisschen? Da kam eine komplette Kombo gerade auf mich. Da kommt der Amumu an. Ich habe ja auch nicht mehr so viel Leben. Kein Problem, Kevin. Ich habe meine Leben. Oh, warte, die Nami kommt zu mir hoch vielleicht? Vielleicht Penetration? Von der Amumu? Oder die ist... Es geht auf. Ich lauf einmal unten, dann können wir mit Marien rein. Also Maslowdie halt. Was? Einmal. Hab kein Level 3! Okay, raus. Raus, Marvin. Ein bisschen viele Minions wieder, ne? Ich habe voll viel gemacht in diesem Game. Level 7 ping. Level 7 ping? Ja. Ich habe leider noch nicht mal was. Kevin, wenn du deinen Coup hast, dann kann es ja noch mal rein, ne? Jetzt kommt ja keiner hinterher. Ey, das passt sogar jetzt gerade. Doch, ich komme hinterher. Wir sind ein Champions. Ich lasse ihn mal weg vom Farmen. Anstatt deinen eigenen Pons machen. Okay, ich bleibe vor der Partlane. Ich hole mich. So weit reicht mein Coup leider nicht. Kann ich supporten? Gut, ja. Mit dem schlechtesten Deutsch einfach wollen wir reden. Anfang. Let's go. Oh. Ich muss, glaube ich, gehen. Ich habe gerade siebenmal daneben geklickt. Mit der Ehe. Ich glaube, das ist... Ist eigentlich ein Skillshare oder musst du da nur klicken? Klicken. Das ist ein Point-and-Click. Ich habe siebenmal daneben jetzt geklickt. Oh, ne. Jetzt hast du wegen Ohren wieder so massig Auswahl an... An Zeug, was du zusätzlich kaufen kannst. Ja. Also schon mal ein Infinitesh. Let's go. Irgendwie sind doch die Items zweimal miteinander. Die anderen dann... Mega komisch. Ja, wir können halt hier unten nichts machen quasi. Guck mal, Kevin, dass du relativ schnell auf Sex kommst. Die ist halt die ganze Zeit hoch. Ja, Kevin, rette unsere Promos. Ne, das Problem ist, wenn die Kate halt echt ein, zwei Kills kriegt, dann war's das, glaube ich, richtig. Also... Null! Glaubst! Jomea, ich heil dich. Ich hab doch Full Life. Nein, ich heil dich. Mhm... Irgendwie fehlt meine Bot. Nö, die ist doch hier. Siehst du doch. Das sind die doch. Ja, Quatsch. Any, macht Any Plays in der Mitte? Ja, gut. Ich muss da kein X-Pick machen. Nee, der Angst hat. Was war ich mit meinem Sub los? Äh... Och, nee. Was ist denn mit der und so? Was, flash? Da flash ich gleich weg, wenn du siehst. Nee, hab ich nicht. Oi, oi, oi. Peace out. Dinami muss natürlich für Exhaust werden. Voll kein Mist kriegen und so, ne? Nein! Nein, 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 nein! Ja, Mann! Hol dir näher, näher mich auch noch! Nein! Nur langsam! Pfff! Ich dachte gerade, das war auf meinem Lehrer... Ja! Ja! Ich dachte auch, das wäre die Gegner. Nicht so! Ja! Er ist bei dem Ding ausgewichen. Ja! Ich hab doch gedacht, oh, das war ein schlechter Hitbox, weil es ihn voll getroffen hat, aber in deinem Leben runter ist. Da dachte ich schon, oh, okay. Okay. Wie viel sind es gestorben? Du, du, Kevin, oder? Ja! Du in zwei, ja! Ich hätte nicht gedacht, dass die da noch wegkommen, um ehrlich zu sein. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe keinen Ahnung mehr. Das ist schon ein Song die ganze Zeit schon Kopfhilfe, weil das ist scheiße. ich komm mal von hier aus ich komm mal komm mal auf irgendwer schon mit einem ulti drauf nein nein ich bin ja noch gar nicht 6 ich hab gedacht ich wäre schon level 6 jetzt kann ich das match auch nicht mehr ernst nehmen das ist ein problem nein wenn die auch noch weggekommen also wir könnten drauf engen ich habe aber keine ulti ich habe wohl die ja aber die sind schon ein bisschen weit hinten oder oh gott ich habe extra vorhin red gemacht habe ich gedacht das reicht für level 6 und habe nicht darauf geachtet dass es nicht gereicht hat ja geh auf die namen jetzt ja nevermind falsch engage nein peace out nein warum mache ich auch immer sowas ach man ich wusste es dass wir da nicht reingehen sollten jetzt habe ich ulti wieder geil bei euch ist es immer besser immer auf die ulti zu warten was ist kd nicht gegen die dealen die healen machen schaden die healen hätte ich auch in ein paar sekunden wieder her oh man na egal nächstes mal der taue fällt wahrscheinlich auch naja kevin ist ja der schafft es stop an dich ich weiß aber was dass der taa fällt wie ohne es Die nahmen ja leider 3 Kills Ja die geht später ADC an Die Kate hat keinen Flash mehr Kevin Soll ich sie ulten? Die sieht das schon dabei dabei Kann ich machen Oh, gut Ey, die Jumole eben Äh, die Imperpings Kannst du? Kannst du? Ja, dann Ja, das ist bisschen schwierig Jemand in diese Kurve hier zu ulten Egal, Kinn ist Kinn Eben Ich habe meine Kuh getroffen diesmal Ich habe es gesehen Wenigst etwas Was? Hm Müsst die Armee auf einmal so tanken wie Wottertack? Ja, wer die schon 3 Kills hat Nicht Diffen Nicht Diffen Ne, ich Diff doch nicht Ich und Diffen, wie sehe ich denn da aus? Ich bin noch nur ein Rackermain Oder sieben Hm, hm, hm Warum ist das auch schon wieder irgendwo in das Eck? Wie lange hast du noch? Bist du ulti? Ah, du hast es schon Ich habe ulti noch Ich warte irgendwie nur bis du Ja, 19 hab ich es ja wieder Ich war einfach nur auf dein Wort Ja Was war das für eine Aktion? Keine Ahnung Aber es war auch dumm von mir zu hier hinzugehen Obwohl Ich wollte eigentlich egal den Proppen Noch Aber egal Ups, falsche Abilitung Ich wollte eigentlich für hier hingehen Ja Hm, wie sieht's so aus? Fangen wir rein Gerne Naja, warte Wollt ihr auf mich warten, oder? Mhm Wollen wir Ja, komm Die Kate holt das raus Also ich bin da Wenn irgendjemand eine Ulti hat Let's go Nein! Nein! Wollen wir crashen um Kuh? Nein, noch nicht Also Achtung, es kommt auch gleich Dings Easy Wax jetzt nicht Hier ist A Hier ist A A nicht mehr nicht Schön Huh Weg auch noch Wollen wir auf die Kate Ne mach mal Drake Mach mal Drake Ich mach nur Drake Ähhh, der Tauer fällt Ich weiß Wenn die jetzt weiter fischen Ja schon Whoa den hier Kühe, auch da Vor dem anderem Was? Ich werde klug an dem. Kann man versuchen. Willst du den? Kannst schon auch nehmen. Ich habe ja meinen eigenen. Ja, dann nehme ich ihn. Das heult ihn die ganze Zeit rum. Die Annie hat einen Kill und das war der von vorher. Ramos ist auch fast gleich. Okay. Was geht da draußen wieder ab? Irgendwelche Geräusche wieder draußen. Ja, dann ist Ramos. Achso, jetzt bin ich weg. Okay. Ich auch nicht. Ich bin auf dem Weg wieder am Essen. Wir können die auf Bot dann vielleicht gleich wiederholen, würde ich sagen. Oder soll ich sie erst poken mit meinem Blue Buff? Nö, warte. Wir können ja mal gucken, wobei der Tower hoffentlich hält der. Der hält. Ich bin auch noch auf dem Weg. 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 Hast du Ulti? Oh, fuck. Ja, ich habe Ulti. Aber Ramos kommt halt auch gleich. Aber wir kriegen den Tower nicht. Aber wir kriegen den Tower nicht. Nichts. Also, wow. Nichts. Achtung, Ramos. Ich bin auch noch auf dem Weg. Ich bin auch noch der und weiß. Ich bin auch noch auf dem Weg. Ich bin auch noch auf dem Weg. Nein! Kommst du dahin? Kält, Kältlin! Jo! Achtung, raus raus! Kannst du flashen? Ja Flash, flash, flash! Nee Na, wie viel war das jetzt? 1 gegen 1, oder? Nee, 2 gegen 1, Minimum Du bist gestorben, Kevin, gell? Die Dings ist gestorben, die Kate, ich bin gestorben Na, 2 zu 1 Na, 2 zu 1 plus Tower Ich hab nicht ganz verstanden, wann wir da noch mal reinbischt mit 0 Leben Nee, tot war ich so, oder so Ja, tot war ich so, das ist stimmt Deswegen hab ich gedacht, ich geh noch mal rein, mach noch mal mein Ulti ran, vielleicht macht ihr irgendein Schaden ein bisschen Nimm zumindest noch einen mit Hm In diesem Match wär mir ganz schön ein bisschen besser Anstatt abends Ich hab jetzt 5 kills Ich hab jetzt 5 kills Müsste schon ein bisschen was gehen, würde ich sagen Da haben wir Redpuff gekauft, dann passt das WTF? 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 Dinami holt sich Redemption anstatt abends What? Dinami mit Redpuff Ich hab doch voll gesehen Warum macht die Redpuff? Ja, weil die einen gekillt hat Eigentlich von mir Nein Böh Oh, ne Oh, unten kommt der Ramos auch Bin aber auch hinter ihm unterwegs Aber ich hab leider noch keine Ulti Der ist vor mir Oh nein Lauf Nein Lauf 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 Ja, das dachte ich weil der stirbt Nein Heal Der war doch da noch im Leben Ich dachte der stirbt, sorry Ich geh da jetzt nicht nochmal weiter rein Ich geh da jetzt nicht nochmal weiter rein Fuuuck Ja, immerhin Achtung das Wir wissen nicht wo Aini ist Also Marvin, hau ab Okay, wir sind Mitte Okay Und den schwarzen hoffen Ist die Gäufe verbinden idle So Ah, sorry euch Oh, verdammt Jetzt kommt die halt schon wieder hier Oh, schau Ich dachte echt der Ramos stirbt, sorry, sonst hätt ich halt auch gegen geschlossen Alles gut Man macht die Aini jetzt für den Schaden Huuu Wobei die Die Nami Selbst wenn ich die Fokus hier irgendwo oder die Attack Ähm, die geht schon gar nix mehr rein Die ist schon so Gefeed Oder ja, schon so tanky Tach Der Turm ist weg, der Turm ist weg hier Bleib weg Oh, ich seh es Lux ist so schlecht Und Kann man schlicht den Guck sagen Kann man schlicht den Guck sagen So Ich glaub die wollen Jacken Gehst du rein? Hm, soll ich nicht Hm Hm Ego Hab ihn Nein Nice Ich wollte eigentlich mit dir eingehen, aber Alles gut Hast du geflasht oder nicht, Kevin? Nö, ich hab meinen Kuh reingemacht Ah ok Tach Puh 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 Wohin gehen wir? Uiuiui Komm Ja wieso brauchten die die uns halt Hilfe Weil so scheiße ist Setz euch mal einen in deinen Kanger. Äh, ich wollte den eigentlich nicht anhalten. Warum hat der den angelegt? What? Nice! Ich hab ne Farm! Nice! Nice! Bot hat's halt richtig in Form. Ich geh mal mit. Guck mal, Blue wär auch da. Polos da. Wölfe da. Ich renne einfach irgendwo hin. Das ist halt wieder die Situation, wo wir keine Ahnung haben, was wir machen sollen. Ich glaub die müssen holen. Wut? Ja, genau das meinte. Wuhuhuhu. Man, die Herold wahrscheinlich auch noch, ne? Die Herold nicht, Baron vielleicht. Die Herold nicht, Baron vielleicht. Wuhuhu. ich hab keine Ulti auch mehr. Das ist ein Milch da. Ich bin gar nicht bei dir. Diese, diese Outattack auf den Scheiß. Vielleicht ist es generell nicht ruhig, mich gerade aufzuhalten zu haben Nein Ich springe einfach irgendwo hin, bis ich meine items habe Noch mal einen kleinen Schritt zurück Pull down, fuck Das ist Ramos auch, Ramos Habs überlebt Ja, dann lauf jetzt weg, weil wenn der Flash oder sowas Oh, da wollte ich die Kampen Stellt doch einer vor mich Meine Güte, 5 Leute davor Wuhu Also ich war auf jeden Fall auf dem Weg Die Lux war 2 cm neben dir Unglaublich viel Nice Ja, zweite Drohne nicht Den Amst gab 4 Leute davor Ja, die Lux stand direkt neben dir und hat nichts geheilt Ich war auf dem Weg auf jeden Fall Egal Ja Das kann man vergessen Ja, steht nur 1116 Aber Das ist schwierig Aber die können jetzt einfach Mitte durchrangen Ne, ne, ich lebe gleich wieder Der der am schnellsten Toten ist Von allen Ja, aber ich kann die Mitte schon halten Naja, das war halt blöd Aber ich hätte schon echt vorher Backgehen müssen Da wo ich es gesagt habe Ja, gut Aber Und schon Aber ich dachte ich wollte mich ja da hinten backporten Da kann ich jetzt auch nichts dafür Wenn da eine Kate Ulti kommt Da war halt echt bitte, weil wirklich so viele vor mir standen Hm Die gedacht haben Oh Wie schön Da stirbt jemand Und wir sind mitten drin Ah, der nächste Teamfight wird besser Ja Ah, der ist echt bitter Drei Worts drin Nice Gibt's doch fragt, nicht? Meine Logik Vor allem laufen die halt alle drei gleichzeitig ab Einmal Burn vielleicht noch wollen Ah Soll ich eine Ulti hoch schießen? Nein Nee, alles gut Conor, lass jetzt Burn machen, wenn der Dicke Down ist Wenn wir eh alle oben sind Dieser Ersatz Dieser Ersatz Die haben den doch, die haben gewordet Die worten echt viel und gut Und der nicht gewordet ist Aber dieser Ersatz, äh Na gut, der muss Zwei Aber dieser Ersatz war echt gerade, äh Das Battle machen, wenn der Dicke tot ist Ja, der war ja down Die waren dann sogar noch Drake Der hätte mir gut was machen können Wir waren auch alle oben eigentlich Ja, die sind Eigentlich sollten wir denn die, äh Die Mumien mobben Und jetzt mobben wir die Dicke Und wie viel das kostet das noch? Ah, es sind doch viele Worts alle In der Fall, da Ja, dann lohnt sich's ja richtig Auf Deckworts zu kommen Ach, der oben ist schon viel zu weit So ein Phantom-Tänzer wäre echt auch nicht schlecht, die Das ist jetzt wieder beruhigt, wenn sie mit Oder Fitscht es weiter So Genau, ein Pod Bin mal auf dem Weg auf Pod Ach, dauert aber auch noch ein bisschen Ja Ja Hast du da? Funt Oh, Telefon Hä, da ist eigentlich Ne Ne Das war instant raus Oh, sie hat es hingekriegt, sie hinzuwerfen Und da ist er auch Ne, das schafft die Ja, vielleicht doch nicht Was macht die da? Noch bis hin der Mensch Oh, der hat schon So ein Thorn-Mail, der Gude Rapp Lau um den Ding rum Fuck, warum engage der Typ, die nicht? Das war free Ne, ne, die killen Der hätte niemals gekillt Niemals Ne, ich, ich meinst du den Ramos Achso Der, der hätte die mega gerade easy-türfen können Unter dem Tau Ne, die hätte da um den Tau rumgetänzelt Das wäre gar nichts geworden Fingst du wirklich nicht so gut? Doch, ich bin bereit Also, so hätte ich es zumindest gemacht Kommt denn der Red wieder? Ich glaube, dass er demnächst Ja Hä? Ach, treffe Oh, da ist ne Bälle Oh, da ist ne Bälle Meinen die jetzt Bällen? Ja klar Ich bin tot, weil der Ordnung farmt Oh Und bestimmt mir zu helfen Und das Ding ist, Katelyn ist unten Macht gleich nen Tower Oh Kann irgendwer back gehen? Ja, ich Ja Ah ne, warte, pass, pass, pass Die ist nicht mehr da Aber die haben gar keinen Bären gemacht Doch, jetzt ist sie wieder da unten Egal, wir sind auf dem Weg Wir sind auf dem Weg Ne, der Orport hat sich schon Cam sollen wir Bären machen? Zu zweit Der ist gewarded Mowlin Das Die warden im Gegensatz zu uns Ich mach mal sehr stark Äh, ey, ich warde auch, ne? Ich hab Stimmt auch Zwar Fünf waren im selben Busch Aber ich warde Ich glaub ich troll den grad'n bisschen, oder? Ich glaub ich troll den grad'n bisschen, oder? Wart mal Wart mal Worm bin ich hier? Ich muss mein Teamfight sein Wart mal Äh, Rakan, lauf, lauf, lauf Ja Wollt ihr hier fighten? Oder auf die Annie? Oder was wollt ihr machen? Ja So was krieg ich echtes Kotzen. Jetzt solltet ihr aber echt abhauen. Okay, läuft. Ach Gott, kommt Tobi. Okay. Ich glaub ich bin mit dem Video. Ich glaub ich bin mit dem Video. So, der ist tot. Das wird echt anstrengend, das Spiel. Ach, ist schon die dreizehn Minute. Oh. Es tut halt echt so weh auf den Rammus drauf zu klopfen. Vielleicht echt einer von euch, man. Oder einfach ganz am Ende den kurz zu fünft Bursten. Können wir Drake und Baron vielleicht noch machen. Ich hab mir jetzt zwar, ich geh schon auf Klinge des gestürzten Königs. Aber. Die machen den Dragon? Ja, ich bin auf dem Weg, Kevin. Ja, hat er noch halbe Leben. Naja, alles gut. Alles gut. Hakan, bist du raus? Ja. Soll er nicht reinengagen? Da kommt halt der Dings. Der Orn ist halt nicht da bei uns. Wir sind einer weniger. Achtung. Tschüss Marvin. Lass die den ruhig anfangen und machen. Das ist... Aber wir müssen ihn halt sehen. Nein. Ach man. Ja. Ich versuch' auch mal auf uns zu beschützen. Ja. Problem war die Annie, die ist halt von der Seite gekommen. Ja, wir dürfen halt... Ich versteh's halt noch nicht, warum er immer so nah dran steht, wenn man in der Unterzahl ist. Das war's. Einspielt euch erstmal an so Free Baron. 뭐... Weil wir immer unbedingt draufhorn müsst, wenn ihr Leute sich... Ja gut. Ich poke halt mit meinem Wchen. Ich bin ja nicht in Geld… To be honest? Na ich bin dann am Ende rein. Ich bin nur in Geld, bis ich gesehen hab, bis er in Urskihene geht. Naja gut, das war's wohl. Nein. Ich find's halt gut, dass der jetzt alleine reingeht. 1v5 solo, let's go. Okay, wir können's auch so machen, dass ich meine Ulti als erstes Setzung dann du quasi reingehst, weil du siehst es eher, ich bin ja relativ weit hinten. D250 Hustung, in den geht genauso nix mehr rein, an den Rest komm ich kaum ran, wenn man. Wir kriegen den. Oh, du bist halt allein, aber kein Thema. Komm auch von der Seite. Komm raus. Da kommt die Annie. Raus, raus, raus. Hinter dir. Ach, verstand. Da sitzt die Annie noch. Stimmt. Nein. Das ist doch ein rotes Scheiß. Warum geht ihr auf... Ich wirst nie verstehen, wie man auf den fetten Tank gehen kann. Die Annie sitzt daneben. Ich bin auch nicht drauf gegangen, der hat mich da gelassen. Da gelassen. Oh man. Ich wollte gerne zu dir springen. Botlane ist auch durch. Ich sehe die Annie. Das werde ich nie verstehen. Ich hätte einfach weg bleiben sollen. Ups. Ne, das war schon okay, aber... Ne, das war dumm, gegen Leute wieder mit Baron zu kämpfen. Ja, okay, das stimmt. Müsst ihr fokussen. Ich bin gerade an Lucky gewesen, als ich sie nicht getroffen habe. Na ja, da musst du ja gucken, dass ihr einen von beiden mit Ulti erwischt. Dann kann ich reinhüpfen und... Die Spalten. Die sind wieder Ausnahme komplett. Ja, der Bot ist halt wieder... Wenn ich jetzt Bot gehe, dann macht ihr wieder einen Fight. Ja, hier oben ist gerade ein Fight. Ich bin auch mal auf Top. Lass die zwei da oben alleine. Ja. Bis wir den Kragas killen, bis dann sind die alle wieder da. Ja, oder der Tau sollte vielleicht nicht fallen. Ja, das kann der auch, glaube ich, ganz gut reinhalten. Ja, was kommt. Ja, ich bin auch ein Kragas. Komm mal. Raus, raus, raus. Alles gut. Ja, komm her. Bleib mal. Sind wir alle? Ja. Sind wir alle hier? Ja. Also nur, wenn du irgendwie Amy oder Caitlyn erwischen könntest. Ja, ich sehe die bisher kräftan. Das Problem ist halt, wir haben unten gleichzeitig auch noch die Minions. Also nicht den Gage im Armin, weil Luchs muss jetzt raus zum Thumb holen. Da kommen wir halt gar nicht raus. Kevin, wenn wir da reingehen. Wir sollten ja auch nicht reingehen, weil Luchs ist gerade unten. Ich wollte es nur sagen, aber da sind so viele Fallen. Da ist eine Lücke. Die Fallen sprich drüber mit meinem Kuh. Das ist sehr interessant. Aber die anderen vier nicht. Doch. Hat mir weh. Ja. Oh, die End. Boah. Wah, ja. Boah, okay. Oh Gott. Oh Gott. Caitlyn, 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 Caitlyn. Ich glaube, ich bin schon wieder als einziger Frau. Brennt, so. Brennt. Das Fokus. Caitlyn kann einfach drauf schießen. Ja. Alle gehen auf die Tanks. Oh Mann. Eilekt. Alter, das ist ein Schuss. Das wäre echt lustig, weil ihr gerade tot war, konnte ich das beobachten. Caitlyn stand einfach nur da, hat voll ihr Leben ganze Zeit und einen von draufgerotzt. Keiner hat sie dafür interessiert. Ja, doch. Jetzt schaut, die geschossen hat. Ja.